So Leute, da bin ich wieder bei 8BitBoy. Wir spielen jetzt endlich mal auf einer neuen Map. Nice Map. Ähm, bis zu sehen das... Was? Achso ja, Verzeihung, ich muss da kurz mal einen Cut machen. So, da bin ich wieder. Ich hab mir mal den Bildschirm ausrichten müssen. So, ähm... Ich kann nicht schießen, ich kann gar nichts machen. Was ist das? Guck mal, das ist eine Schneeflocke. Okay. Kann ich mich da... Oh ja, jetzt ist sie genau ausgegangen, das ist super. Ja, dachte mir schon, dass da irgendwo ein kleiner Weg ist. Ich rutsche auch ein bisschen. Irgendwie. Guck mal. Ich weiß nicht, mir kommt sowas, würde ich ein bisschen rutschen. So, das mach ich jetzt wieder kaputt. Dann werde ich mir jetzt nochmal die... Boah. Dann werde ich mir nochmal die Münze holen. So. Ich weiß nicht, was... Keine Ahnung, wo würde die Kugel kommen. Ah, okay. Jetzt wird mir schon klappen, wo das kommt. Ähm... Ja, ich kann nicht schießen, ich kann gar nichts machen. Ja. Was ist das? Ich steige einfach auf den E-T drauf. Ja. Ah, die Störung ist... Ja, genau. Okay. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Schön. Hoffentlich ist der Ton jetzt ein bisschen lauter. Wenn nicht, dann werde ich extra die Musik lauter stellen, wobei ich den Ton ein bisschen lauter gemacht habe. Aber ja, wir werden das dann sehen. Ich nehme ja nicht getrennt auf. Ich nehme ja eigentlich alles in einem auf. Was schießt da? Okay. Oh. Okay. Auf die muss ich aufpassen. Ich werde lieber... Ja, ich bleibe da oben. Boah. Okay, ich warte lieber. Das Ganze erscheint mir ein bisschen rutschig. Ja. Und da kommt auch was. Boah. Das wäre jetzt echt knapp. So, Schutschild habe ich jetzt. Das ist gut so. Ja. Der Vogel kommt genau... Boah. Das wäre jetzt echt knapp, Mann. Ja. Ich dachte, das kommt... Was ist das? Dürfte ein... Dürfte ein Bonus-Weg sein oder so, ne? Kann ich noch weiter? Das Spiel macht mir das Ganze nicht einfach, ne? Ich gehe jetzt weiter rauf. Gucken, was da oben ist. Okay. Gibt es nichts. Dann halt eben nicht. Und was kommt jetzt vor mir? Ah, okay. Das... Ne, das kenne ich. Das ist ja beim Boss meistens. Ja, ja, stimmt. Da muss man ja aufpassen. Okay, schau. Guck mal, das sind ja wieder diese... Diese Standard-Vögel in die Grünen, ne? Oh, ich habe es geschafft. Okay, da stürzt es nicht. Kein Sturzflug. Sehr schön. Ah ja, stimmt. Wann... Muss mal gucken. Was ich jetzt aufgenommen habe. Ob das waren jetzt 3-4 Minuten. Ich habe nämlich eine Uhr, ne? Ich könnte sie auch so tragen. Dann weiß ich wenigstens, wie lange ich aufnehme. Die Musik habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, komm schon. Ich spanne dich ein. So. Sehr schön. Es dient nur, als damit ich weiß, wie lange ich aufnehme. 15 Minuten? Okay. So. Ah, die können aber ziemlich weit werfen. Die wirfen aber ziemlich weit. Die Skifahrer sind ziemlich süß. Boom. Tot. Ja. Ach so. Da spazieren wir jetzt einfach auf einem anderen Weg. Puh. Kann man da durch? Ach so, klar. Was ist das für ein Geheimweg? Was heißt das? Ach so, Extraleben. Ne, Mann. Das brauche ich nicht. Ich brauche kein Extraleben. Okay. Also der Vogel sollte lieber da hinten zu mir gucken. Ja, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Auf den Skifahrer aufpassen. Aber da springe ich jetzt einfach drüber. Da spare ich mir jetzt die Zeit. Ups. Aber der springt jetzt da her. Boom. Ich war eigentlich richtig, ja. Ich muss nur da rauf gehen. Ah, sehr schön. Wieder Schutzschild. Ups. Ich habe irgendwie die Ahnung gehabt, dass da irgendwas... Dass das irgendwie einstürzt. Oh. So, jetzt warten wir. Wieder Schutzschild. Ich fange damit nichts an. Ah, ich habe jetzt Angst gehabt. Oh, statt ich kann draufsteigen. Ja. Ja, da haben wir schon gedacht. Super, ich habe jetzt kein Schutzschild mehr. Scheiße. Das ist jetzt echt nicht guf. Scheiße. So, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt jetzt dieses Dings geholt, was ich jetzt schießen kann. Weil ich die Fledermäuse, die... Wenn man ankommt, dann wird man nämlich ein bisschen langsamer. Aber da wird ein bisschen gebremst. Und das ist eben blöd. Das geht nicht. Dann wird da sein Yeti vor uns. Und... Ach so, okay. Fährt nicht runter. Ich glaube, ich muss aber runter. Okay, das geht nicht so. Schauen wir zuerst einmal da an. Ob da irgendwas ist. Ja, sehr schön. Sehr schön. Jetzt können wir den endlich ordentlich einheizen. Jetzt warten wir, bis der geschossen hat. Ja, so geht es natürlich auch, ne? Sparen wir uns das mal. So. Ich könnte jetzt stupide gerade rausrennen, was ich jetzt mache. Und jetzt kommt sicher irgendwas. Ja, den holen wir uns auch noch. Was, was... Der warnt mich von irgendwas. Von da bis daher. Okay. No, den gelben habe ich schon vermisst. So. Jetzt müssen wir einmal runter, ne? Und dann kommen wir auch schon langsam zum Ziel, ne? Sage ich ja. Keine Ahnung, das spürt man irgendwie. Wichtig ist, dass ich schießen kann. Level cleared. Hatte es für so nur noch 82 Sekunden. Das ist ja auch kein Problem. Warten wir halt. Dadurch, dass ich ja eben... ...schießen kann, ist das auch gar nicht so schwer. Komm ich nicht mehr als Rav? Nein, ich glaube, ich weiß schon. Ja. Das war irgendwie so komisch, ne? Warte mal. Ich will, dass ich mal kurz mal... Ah, guck mal, Extramünze. Ich wollte nur mal testen. Ah ja, okay. Kann man immer gut gebrauchen. Oh, ein Portal. Ich will, ich will, ich will da rauf. Ich will zum Portal rauf. Sicher ein Geheimweg oder sonst irgendwas. Da schießt den wer. Jakob... Was ist das für eine komische Kugel? Äh... Kann ich da... Probieren wir es mal mit Anlauf. Ja, das geht nicht. Das geht nicht mit Anlauf. Was? War das jetzt ein Bug? Ja, ich muss so schnell wie möglich. Gut. Ich bin tot, ja. Ich kann zwar nicht mehr schießen, was mich jetzt nicht stört. Warum flippt der jetzt aus? Was? Könnte ich jetzt vorbeigehen? Nein, doch nicht. So. Da wird es jetzt wirklich schwierig. Den lasse ich dann lieber in Ruhe. Warte mal. Ja, der flippt nämlich aus, ne? Das ist derjenige, der so schnell ausflippt. So. Oh, hat es mir schreckt. Oh, ne. Nicht diese Vögel. Pfff. Leck mich nicht am Arsch. Das gibt es ja nicht. Ah, f... Ja. Okay, das ist das Ziel. Schnell, 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 schnell. Schnell dahin. 5 Minuten habe ich noch. Sehr schön. Okay, würde man die Katze jetzt wegrechnen. Meine fiesen Katz. Sehr schön. Das fängt schon mal gut an, ne? Ein extra Schutzschild. Warte mal, bis diese Kugel kommt. Und dann müssen wir den Eti nämlich töten. Der da jetzt dann irgendwann mal auftaucht. Der hat halt nicht auftaucht. So. Auf den Grün aufpassen. Sehr schön. Kann man da nicht durchgehen? So, Leute. Ich werde jetzt mal da rauf gehen. Ist für mich... Ist für mich... ...sicherer. Nicht. Der ist ja genauso blöd, der Weg. Bitte nicht schießen. So. Probier das jetzt noch einmal. Ich muss nur... ...auf diesen Vogel aufpassen. Bitte nicht schießen. So, jetzt habe ich ihn. Er wollte schon schießen. Ich habe sie ihn aber nicht zugelassen. Ach Gott. Okay. Ich habe kein Schild. Ich habe nichts. Ja. Ich habe diese Fledermaus jetzt auch noch vor mir. Und ich kann... Ich kann nichts machen. Ich dachte mir schon, dass der Seiz einstürzt oder so. Okay. Was kommt als nächstes? Was tötet mich als nächstes? Okay. Einmal. Was? Okay. Das geht eh in einen Durchzug. Verstehe ich, warum da unten jetzt die Münze sind. Na bitte. Bis das einmal da ist. Oh, Leute. Der ist wirklich konzentriert. Das ist... ...absolut nicht einfach. Ich brauche... ...ich brauche was zum Töten. Ich warte noch, bis der springt. Na, warte. Machen wir was anderes. Na. Ich möchte ihn wissen. Ach, egal. Ja. Wir killen jetzt da noch. No, nee. Nicht der Skifahrer. Ich gucke nur... Ah, ich warte, bis der Gelber kommt. Der ist sowieso immer... Ja, zwei, ja. Der hat mich ganz kurz gesehen und bin schon aggressiv, ne? Ah. Ah, nichts ist passiert. Super. Zwei. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Wir sind eigentlich weit gekommen. Das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Map oder so. Oder die vierte jetzt. Nein, das ist jetzt die fünfte Map. Sehr schön. Aber ich glaube, ich werde da mal eine Pause machen. Ich bin schon 20 Minuten, wenn man die Katze wegrechnet. Trotzdem, wir sehen uns dann. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja, wir sehen uns... Vielen Dank.